So, da wären wir wieder. Letztes Mal war das Ende ja doch recht abrupt. Ich wollte eigentlich Escape drücken, um abzuspeichern, aber das ganze Programm wurde geschlossen. Das ist nicht so toll. Also abspeichern ist wahrscheinlich hier. Genau, Spiel speichern und beenden. Aber gut. Wenigstens funktioniert da auch so safe. Also ich denke mal nicht, dass wir irgendwas verloren haben. Das heißt, wir könnten uns jetzt aufmachen da hinten zu den uralten Dschungeln. Oh. Hä? Erster Akt, erste Quest, Level 4. Hm. Okay, gucken wir mal. Alles gut gelaufen auf der Reise. Wo ist die Schenke? Hier ist keine Schenke. Hier ist eine komische Gesichter am Baum. Was sagt die Quest? Sammeln grüne Zieräpfel. Okay. Riesenrauben Kobold. Die Wilden sollen das geklaut haben. Level 9. Schaffen wir einen Wilden? Lass erst mal die probieren. Also du Meteor. Guter Anfang. Du, Schlag des Anführers. Okay. Du, Spalten auf den. Und du, Betäubere, Schlag auf den mit den meisten Lebenspunkten. Das müsste er hier sein. Wow. Der Dieb ist echt super. Wir sollten mehr Diebe haben. Hast du noch genug Energie für noch einen? Ja. Bam. Du, den kaputt. Oh. Und macht tot. Sehr schön. 12 Gold und 3 Äpfel. Hey, Level up für den Paladin, der hinterher hängt. Du kriegst. Blitzheilung. Schlafen. Ich würde gerne wissen, was bei einer 20 und bei einer 1 passiert. Beim Schlafen und Reisen. Aber das wird früher oder später eh passieren. Also töten. Prüben wir mal. Riesenrauben. Drei Stück ist schon ziemlich hart. Aber was soll's. Herausforderung angenommen. Das ist genau die richtige Einstellung. Fräulein. Erdbeer. Dingens. So. Du. Betäubungsschlag auf die Raupe. Und sie ist betäubt. Gut. Schlag des Anführers auf die Raupe. Und du machst deinen Spalten. Ich hoffe mal, das Spalten hebt das betäubt nicht auf. Sieht aber nicht so aus. Gut. Noch ein Meteor. Und das sieht echt machbar aus. Also gelb. Dieser Schwierigkeitsbalken da. Ist machbar. Wenn wir ausgeruht sind und einigermaßen Ausrüstung haben. Also alle unsere Jungs voller Schneepel. Du mach mal einen Schlag des Anführers, weil er macht mir Schaden. Du töt... Was zur Hölle? Das ist unfair. Warum heilt ihr euch? Alle. So schnell einen umbringen. Genau. Geht ja gar nicht. So. Du bist jetzt nutzlos. Du hast keine Energie mehr. Du machst einen Betäubungsschlag auf den, weil der voll ist. Du haust den. Du schlägst den. Gut. Immer schön angreifen, ihr Würmchen. Nicht euch selber heilen. Selber heilen ist ganz doof. So. Den brezeln wir jetzt nieder. Gebt ihr jetzt mehr als drei Äpfel? Das ist die Frage. Sonst ballern wir einfach so lange die ganz kleinen weg. Auch drei Äpfel. Was waren nur drei? Vorher waren es ja vier von den Ranken. Ne, waren auch drei Ranken. Hm. Level up. Höherer Komet. Geht. Schlafen. 13. Warum hast du so viel Energie verbraucht? Na gut. Wir würden gerne töten. Und zwar diesmal vier Ranken. Meteor. Bäm. Spalten Und du Kopfnuss mal den da Ich sehe da gar nicht so eine Dingensanimation Stand da gerade immun gegen irgendwas? Hm Okay Schlag des Anführers Den da Und du tötest jetzt zwei Stück mindestens Ja, sehr gut Du Den da Und kaputt Victory 1223 und ein grün Zierapfel Finde ich jetzt irgendwie nicht so toll Also vielleicht müssen wir auch darauf achten Wie häufig wir schon gegen jemanden gekämpft haben Also je häufiger gegen wir eine Monsterart gekämpft haben Bist du weniger Beute oder so kriegen wir Das heißt wir müssen jetzt was Neues ausprobieren Den hier Zwei Kobolde Level 9 Und wir sind da Level 7 Ja Täubung Hat geklappt, schon mal sehr gut Sie braucht unbedingt einen Feuerball So, du machst Schlag des Anführers auf den Du machst Schlag auf den Und du Kopfnuss den anderen Und du bringst jetzt den einen um Sehr komisches Geräusch für den Level 9 Kreatur Komm, 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 komm Victory Gibt weniger Erfahrungspunkte als die Raupen Und bringt nur einen grünen Apfel Ja, ne, so wirklich überzeugt bin ich davon nicht. Oh, was war das? Ihr wurdet im Schlaf überrascht. Drei Goblins. Betäubung schlagen. Spalten. Sie müsste genug haben für zwei Meteora. Das passt. So, Thomas schlägt es an für was, weil es gut scheint. Und demnächst sollte er sich auch heilen. So, du haust einfach den. Oh, so dass ich definitiv heilen kann er nicht mehr. Du Spalten da. Ja. Du Meteor. Oh, Hühnchen. Hühnchen. Oh, oh. Komm schon. Fliee. Hühnchen. Ah, sehr schön. Du erbärmlicher Feigling. Du kannst nicht mit Leben. Leben ist da steckbar. Ah, und jetzt kostet es Gold. Wahrscheinlich, wenn man genug Gold hat, kostet es auch Gold. Wenn man kein Gold hat, kostet es nichts. Okay, schlafen. Nein. Eine Schlägenpflanze. Ja, okay, das ist machbar. Bitte nicht töten. Das kostet Gold. Wir mögen unser Gold. Okay. Victory, ja, war nicht schwer. Oh, Level Up. Sehr schön. Äh, Feuerball wollten wir nehmen, ne? Für einzelne Ziele. Für die. Und schlafen. Nicht, wird nicht reisen. Schlafen. 19. Das muss doch was ganz Tolles geben. Sehe ich nicht. Also sowas wie Bonus-Erfahrungspunkte. Oder ausgeruht als Buff. Oder, ne? Gähn. Oder Gähn. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen mal ganz viele Rangfeinden. So. Du Betäubungsschlag, Dieter. Du Schlag des Anführers, Dieter. Du alle. Jo. Du Spalten. Maximale Schadensverteilung. Was jetzt nicht unbedingt ideal ist, aber, ja. So. Du, den da. Und jetzt sind... Okay, einer wird sterben, ne? Ja. Dann mach doch nochmal einen Spalten. Jo. Oh, 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 oh. Du, töt den. Du heil dich mal selbst. Danke. Du, den. Du, den. Äh. 23 Gold und 4 grüne Äpfel. Und Level-Ups. Sehr schön. Besser geht's ja gar nicht. Also wir hätten gerne... Hm. Noch mehr Spalten? Da kommen noch mehr Spalten. Nur noch 20% Abzug. Kostet dafür braucht 7 MP. Wie viel hast du? Magie 16. Äh. So, du. Angriff der Plusprinzen, wo sein Schaden zufügt. Ja, nochmal mehr Schaden und noch weniger Resilienz vom Gegner. Oder Gift. Ich glaube, ich nehme Gift. Wollen wir mal ganz kurz ins Dorf zurück, um bessere Ausrüstung zu kaufen. Ja komm, 85 Gold ist schon eine Menge. Also wir würden gerne reisen. Zurück zum Starterdorf. Oh, 3. Da muss noch was passieren. Nö. Anscheinend echt nur bei einer 1 oder 2. Nee. Also wir hätten gerne Ausrüstung. Level 8 sind unsere großen Jungs. Zufällige magische Eigenschaft. Hm, nö. Plus 12 TP. Plus 12 TP klingt gut. 1. 2. 3. Level 8 ist sie noch nicht. Also ja, erst mal 3 Stück davon. Schwache Saphir als Kette. So. Ich liebe es Gold auszugeben. Dann nimm nochmal das da. Und das da. Du kriegst eins davon. Du kriegst eins. Was? Und der ist nur Level 7. Okay. Dann kriegst du einen davon. Du kriegst den Schnabel. Regeneration 1 MP. Äh, so. Gib ihm dem Schmied. Er weiß einfach, dass er anzufangen. Tööööööö. Okay. Erstmal kurz zum Beispiel noch hinterher schieben. So, 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 so. Schmied sagst du, hm? Wo ist der Schmied? Das hier ist eine Ausrüstung. Wenn du ein Gegenstand durch diesen Symbol ziehst, wird es für 50% seines Werts verkauft. Äh, nö. Hm. Lebt vielleicht irgendwo anders noch ein Schmied? Burgabendlicht. Strand von Miami. Fliegende Holländer. Hm. Nö, irgendwie nicht so wirklich. Schlafen? Und zurück zum Dschungel. Dahin. 0%? Komisch. So, wie viel brauchen wir noch von den grünen Äpfeln? Hm, acht Stück. Ganz viel davon. Kaputt. 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 Oh, wir entspalten sollen. Na gut. Oh. Du solltest mal heiligen Schild machen. So, kaputt. Kaputt. Jetzt mal spalten. Mhm. Äh, heiliger Schlag auf den. Du so angreifen. Ne, reicht nicht. Okay. Du so angreifen. Sehr schön. Gibt mir ganz viele Äpfel. Fünf grüne Zieräpfel. Sehr schön. Und das Level-Up, das er brauchte für das Ding. Also das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. So. Schlafen. Eins. Was? Nicht gut. Drei Raupen. Solange ihr auch, äh, Dingens gebt. Ist alles gut. Und du probierst mal den Feuerball aus. Auf. Den da. Und der brennt. Sehr schön. Schlag. Schlag des Anführers. Und töten. Nicht ganz. Okay. Feuerball auf den anderen. Weil der müsste ja eigentlich am Feuerschaden sterben. Tut aber irgendwie nicht. Okay. Dann halt so. Sehr schön. Gib mir Äpfel. Zwei Äpfel. Schlafen.